und daran da ich habe meinen wegpunkt öffentlich gemacht ja ist direkt nach unten ist genau der felsvorsprung hier das ist ja jetzt ist gut gut jetzt nur nicht runterfallen so und hier aus kommen auch an die ich sehe dich 1,6 kilometer entfernt dann schwing dich zu uns das meiste ist dann schon am start ich habe gerade noch silizium gefunden können wir noch ein paar mopeds bauen dazu müsst ihr wissen wo ihr seid ich sehe nämlich keine marker jetzt sehe ich new marker 300 meter die müsste auch sehen an die weil wir haben alle keine fraktion wir sind alle wilde das sieht auch so aus was wir hier machen vor 1,7 meter kilometer ich bin wirklich durch bis dahin kann man wahrscheinlich alle moped haben können wir einen aufgängen machen lichtes leben 401 das kostet bastelt 200 japan das ist auch dann die spinn so ich habe ja auch gerade spinnproblem das ist die achte spinn achte spinne die ich getötet habe bei mir sind gerade keine aber das nest ist hier ja gut nest bin ich auch neben wo ist dein barbecue mitten auf dem wo der new marker ist der wahrscheinlich oder an dem ist nur noch 1000 meter entfernt ich komme jetzt zum barbecue ich habe noch ein bisschen silizium gefunden und musste mich dann leider das silizium den spinnen abbringen für mehr mopeds einfach richtung wasser und da ist dann schon der barbecue hier bei der komischen pflanze hast du ich dachte das ding hier ich habe ja die schlicht war das ist der ditte ich brauch steine leute eins zwei drei vier ich mach mal fünf mopeds wenn es geht sind schon angefahren jetzt barbecue brauchst du irgendwie pflanzenfurtine gemüse nö steine aber du schnitzel möchtest du einen schnitzel ja drei am besten hast reichlich gearbeitet wo ist denn der andere arbeiter kann das sein dass wir woanders sind wie die anderen nein wo seid ihr denn na hier am barbecue wo es die ganze zeit ist ja wo ist denn das barbecue hier wo ich hüpfe und der alt ist bei deinem alten bei meinem alten ich bin hier wo das loch in der erde ist ja wir sind weiter Richtung wasser hier Richtung wasser ein stück das steht ja schon die ganze zeit bei der bei der bei dem warte mal hier du hast auch schräglich gearbeitet hier erstmal essen du musst jetzt hat er meinen konstruktor geklaut wieso geht das denn wieso geht das denn ist ja krass ja könnte doch alle selbst drauf zugreifen oder nicht kann ich zugreifen andere fraktionen musste freischalten um den fraktions button so nochmal die frage hat irgendjemand steine übrig gucke ich jetzt gleich jede menge kupfer schotter was brauchst du also die kiste oder die kiste raus das ist die leere weil du den aufgehoben hast da war das material oder was ich kann nicht drauf zugreifen hier komm ich schmeiß dir schotter hin hier bloody erstmal was zu essen hier du weißt arbeiten hast du schotter so schotter möchtest du 23 kannst du haben älterchen ich hab schon wieder keinen schotter ablegen da liegt neben dir schotter neben dir ich kann den nicht aufnehmen der ist dann weg der neben dir da liegt er auf dem boden ja jetzt so aufgenommen wenn ich jetzt aufmache jetzt ist der wieder weg der kann doch nicht sein der muss da sein dann join mal neu der ist nicht in meinem inventar dann join mal neu hoi so was verzapfen wir jetzt für ein Mist erstmal müssen wir die Motorradgang vollkriegen erstmal hole ich jetzt noch Andi dazu ich bin leider wo bist'n du 400 Meter schneller dann geh ich kurz eine rauchen ich hab wieder ein Spinnennest ich seh dich bist bei dem Wreckett ne ja warte ist sie hier ne noch ein Stück weiter ok hier setz dich drauf komm direkt mit zurück hier im Moped kannst du nicht wenn sie ginge geht nicht ja das war ja das was ich sagte so warte hier dann droppe ichs ablegen pass das war mal eine riesen kiste gewesen naja ok dann fahren wir schnell zu den anderen oder fahr du zu den anderen äh ich hab hier vorhin noch Silizium und sowas gesehen brauchen wir für mehr Moped mit also ich kann auf deinem Konzept hab ich ja alle da und komm du musst da draußen ich krieg ich hab keinen Schotter ich kipp dir das aus meinem Konstruktor scheiß Drecke Silizium hab ich 46 Kupfer hab ich 16 und alles hab ich 25 dann hab die fast 200 Schotter gegeben alter hier hier legt auch nur die Schotter ich hab den jetzt schon dreimal versucht zu nehmen ja ich hab hier Silizium ich kann jetzt gleich die nächsten Mopeds bauen kein Problem da ist auch ein Eisenherz und guck was da auch nach dann mach ich hier mal ein bisschen Essen drin aber frillig noch ein bisschen jetzt hab ich Schotter das ist doch wohl ein Witz, wa? jetzt hab ich Schotter eigentlich wie geht das denn? Senilität na komm ich wüsste aber ich das auch sind die Scheiße das kann alles nicht wahr werden so und nimmst du das alles für die Nachwelt auf, ja? ja so nein oder? die ganze Zeit ach du Scheiße ich hab schon die ersten zwei Folgen geschnitten das kann halt auch nicht wahr sein nein deine Senilität ist aufgezeichnet ich bin die Senil ich bin die Senil so es wird Karten so wer heiß hat soll's sagen hier genau so es werde Licht sie hat ja ein Moped ne? dann brauchen jetzt noch die anderen eins so wenn ich die Dinger denn jetzt mal fuhne ich hab halt ein Überlebenstool schonmal so drei Mopeds sind am Craften ich weiß nicht ob es reicht aber ich hab 33 das sollte hinhauen eins ist gleich brauchst du Schotter? Andi du bist auch hier ne? brauchst du was zu essen? hast du Hunger? ne die Jungs haben echt für Fleisch gesorgt wie Männer halt so sind da kommt meine drei Riegel das reicht ok so wer möchte das erste Moped? ablegen fällt greif zu steh grad noch nächste dauert noch einen Augenblick da ist Honig gespawnt gerade und dann mit dem Moped zu irgendeiner Struktur und die mit den Multitools braiden oh man das ist ein Proteini wo reicht die Pflanzen? braucht noch jemand ein Multitool T1? was? hast du schon? ich kann schon bauen so wie es aussieht ja aber du brauchst einen anderen Konstruktor für ne das T1 reicht ja du kannst aber du hast aber keine Pellets ach ne du kannst ja das andere Zeug nehmen ne 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 da brauchst du ja einen Bohrer für ruhig durch so noch ein Moped ist fertig und für das nächste Moped fehlt noch Nanoröhrchen was braucht man denn für Nanoröhrchen? Nanoröhrchen Kohlenstoff Substrat Pflanzenfasern die habe ich doch mitgebracht läuft ich mach mal ein paar Verbände noch ja so äh hast du schon ein Moped Grüner? ne äh musst du auch noch zusammenbohren äh äh bloody hatte eins richtig? dann fehlt nur noch der alte ja super das ist grad am Craften boah krass fünf Mopeds mal soeben aus der Hosentasche gezimmert brauchst du noch irgendwas dafür? nö äh Turboboost voll hat's geklappt? ja dann hörst du auch wie er einen Boost kriegt das weiß jeder wie es geht ich kann noch mal ein paar Koteletts bauen ich hab da eben ein paar Spinnen getötet und letzte Moped auch fertig Alterchen hier denkt dran ne auch trotz deiner Senilität rechts ist Gas links ist Bremse ich bremse dich auch leider richtig heute ist er fertig ich hab hier glaub ich den Malheur gebaut so kann ich noch kann ich noch mach ich noch ja ja läuft ich hab noch vier Steaks da echt jetzt? da oben kommt noch Frischfleisch wo 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 warte ich muss noch auf Verteidigung stellen ich will auch mitkommen das sieht nur wieso wie? da lebt noch was da ist noch was da ist noch was da ist noch was da das hat ne Sekunden und zum Looten kommst du auch nicht du kriegst immer nur angezeigt Lootcontainer bereits besetzt da 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 egal wie schnell ich bin da bin ich jetzt schneller oder? ja Andi ist schon drei das ist gemein so sollen wir alles einpacken und bisschen durch die Gegend gucken ob wir was tolles finden wird schon wieder dunkel für was? Sonnenuntergang in vier Stunden wir haben ja Licht am Moped in vier Minuten ja ja würde ich auch sagen wir haben ja alles am Moped zack ich hab den Konstruktor eingestöpselt da muss jetzt noch da ist überhaupt da hin mir ran da unten kommen wir auch schon Leute oh der Planet ist aber klein uiuiuiui wo 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 wo? da wo 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 wo? da hinten am Baum ich bin schneller da ich bin schneller da ich bin schneller da und dann ist die Moped schon besetzt ey mach nicht mal Moped kaputt ihr wahnsinnigen ja oh man was wo? da ich will auch ich kann den ja nicht treffen aber dann kriegt den ja so bei mir schon wieder container besetzt bleib ich einfach davor stehen ja ich hab's geschafft aber nur Zähne naa hier oben auf dem Berg kann sie rufen wieder rum Talons 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 wo wo? hier ich bring sie einfach mal alle mit die sind stärker als die komischen Sekten Gott wirkt mal Reputation versaut die anderen habt ihr auch schon gekillt? die Ziraxen wieder ja dann lassen sie uns wenigstens in Ruhe die anderen habt ihr schon gekillt? was ist das schon? ich brauch mal Verbände wa? brauch man wohl öfter wo jemand verbannt? wo gucken wir denn jetzt hin? Talons suchen hm gut einer muss die Richtung angeben Richtung Westen einer ist schon abgelüst ja ich bin Richtung Westen mal schauen oh scheiße nein 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 boah Gott sei Dank kein Wasser passt auf die Gegend ist tückisch überall sind hier Mopeds wenn ich auf meine Karte gucke ja hier hat's ja Gräten und alles ohne Ende und hier gibt's auch ja hier gibt's jede Menge Zeug ja hier gibt's auch ja hier gibt's auch ja ich könnte ja schon wieder sammeln können hier unterwegs ja hier haut der so schnell immer ab ja wir suchen jetzt Talons ja wir suchen jetzt Talons na erstmal mach ich den Trike kaputt oh der ist drei der letzte war eins das war ne dumme Idee hier ist Summen Freuchen ich seh was was du nicht siehst und das ist grün oh wiese wo wo egal wo ich mich hindere ich seh nichts grünes echt also im Westen ist Wasser warum bin ich hier denn alleine ich google mich grad mit dem Trike was ich unterwegs gefunden habe yay 900 XP ich bin auch alleine auf weiter Flur oh oh nacktschnecke bleib hier Nina war ich hier noch gewesen aber der tut alle weg wieder ja äh das geht schnell ne dass man die Leute aus den Augen verliert ich bin auch alleine im Sumpf wer hab ich denn hier oh weiß wer ist denn weiß von mir das ist der Alte ne ja auch du bist der und wo sind denn die anderen wir sind hier beim Wasser ich bin in Richtung 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 ihr seid so weit weg dass ich euch noch niemand mehr sehen kann ach das ist auch hier auf der Karte sicher auch nicht ne wo seid ihr denn hin Richtung Wasser und dann Richtung Norden Richtung Wasser und dann Richtung Norden Richtung Norden alles klar ja einfach Richtung Wasser und dann Richtung Westen also Richtung Westen besser gesagt bis dann an Wasser kommt da ist ein Schleimtropfen hinter dir wird hinter mir iiii iiii im Teleropod das sind schon hässliche Viehle Polly die sind schnell immer tot das sind auch nur Level Einser hier nein Zwei und Dreier hab ich schon gehabt also hier jetzt ja hier jetzt setzt man einen Marker hat eben mal ein grüner Fick da gewesen jetzt ist das schon überhört gell öffentlich geteilt ja du bist aber Richtung Süden runter gegangen das heißt der Marker ist ja südlich von mir eben du musst aber in Richtung Norden ja dachte ich ja auch ja ich bin ja Richtung Norden gefahren der Marker ist südlich von mir das ist der Roli ja boah ihr wisst alle nicht wo er hingeht aber hier gibt es viele XP was hast du da bei dir Blizzard Mule Käfer hässliche Schleimis ich will auch guck mal hier sind auch jede Menge Krabbelviecher guck die ganze Zeit so komischen hässlichen Tier die ganze Zeit auf dem Hintern das ist nicht der erste und Babys, Babys kann man auch töten nein na hier im Spiel Babys darf man nicht töten man wie weit seid ihr denn hier vorne ne nur mal um die Eck kann man hier wie bei wo ich hier ankomme backen die Viecher rum sind schon tot da ist wieder ein Schleimfropfen grüner Berteidigung sind schon tot das hier ist nur ein ganz normaler Blob hinter dir was hast du ja gesagt links von dir wer auch immer da schießt jemand mit Andy du schießt mit zwei Strahlen mit blau und rot oh drei Fropfen sind das sollten wir uns wirklich mit denen anlegen da der ist Level 2 erst der ist tot jetzt sind sie nur noch zu zweit ich glaub den Level 1er hier Level 1er hier auch ich bin höchst tot da kommt aber noch einer wo ist rennt vor mir getreide da ist ein trike und immer im kreis ich habe schon zwei heute getötet immer im kreis laufen im kreis um das hier herum gut war danke ja aber war danke weil ich habe kein xp gekriegt dann war es der grüne der gerade angestiefelt kam hier sind wieder blubbers sind diese hässlichen kugel fischer textopoden die mit dem pinseln auf dem kopf und dem hässlichen mundgeruch und dem pickeln am arsch der letzte g rennt schon um sein leben er versucht noch zu entkommen level 3 überhaupt noch nicht schmuck gut rein da noch mal Getreide ja, hab ich auch genommen und Silizia gibt es immer am Wasser ohne Ende ja aber strukturtechnisch hat noch keiner was gefunden, wa? nein, also ich hab Zerex Gebiete gefunden hier aber mehr auch nicht bis jetzt ich schule es mal ein bisschen rum hier ist noch so ein hässliches Teluro-Viech ok, ihr mal, ich fahr mal durch die Gegend ja, sicher hier 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 hier